Und dann sitzen wir abends vor dem Fernsehen, dann sitzt du so vor dem Fernsehen, wir sagen gucken, und dann hörst du plötzlich sowas wie tüttlüt. Und dann guck ich auf mein Handy, sag ich, oh, ich sag, da bin ich gar nicht. Ich sag, wie, ja, ich sag, ist dein Handy. Da guckt der weiter. Ich sag, Ralf, das war dein Handy. Ich sag, der ist in der Küche. Ich sag, Ralf, es könnte wichtig sein. Seht der Ingrid, wenn es wichtig wäre, schreiben sie dich an.